Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen, wie jedes Jahr hier blinken sie. Die Nordmantanne stand im Walde, ganz tief bedeckt im zarten Grün. Der Baum gefiel mir, ich will ihn haben, mein Bauchgefühl sagt, nimm ihn mit. Ich nahm die Säge, macht ihn nieder und schwuppsdiwupp, da war er weg. So, meine Freunde, meine Familie, alle was dazu gehört. Heute, ich wünsche euch alle ein frohes Weihnachtsfest, sowie ein gesundes, glückliches neues Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt mir alle erhalten und bleibt alle gesund. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar neue Freunde dazu, die auf Facebook oder YouTube mich sehen. Also haltet mir die Daumen, ich halte euch die Daumen. Gesundheit ist das Wichtigste und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann, euer Hezemani.